Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge T-T-T. Gestern gab's die Folge bei Kutscha. Unbedingt vorbeischauen, heute an meiner Seite sind Kutscha-Plays. Ja, und habt ihr da schon einen Kommentar gelassen? Beharrt mit Bart, der keine Aufnahme kriegt, aber folgt ihr doch einfach trotzdem mal. Werde, der immer noch nicht 100k hat, also habt mal Mitleid und liked ihn. Spider-Man, wenn ihr fährt mir echt gar nichts ein. Und Tim, schön, dass du da bist. Wat? Ehre, Ehre. Yeah, ich bin das auch voll schön. Wie fällt dir denn zu mehr nichts ein, alter ikonischer Flötenspieler? Ja, aber nicht so gut. Okay, ich bin raus heute, damit kann ich nicht arbeiten. Ja, gut. Wird dich keiner ver- äh, ja, ja, es wär sehr schade. Ähm, was ich sagen wollte, ist TTT 2.0, ne? Okay, okay, okay. Ganz viel neuer Scheiß. Boah, der Scheißer. Hier ist doch drückt. Ja, das ist, wenn man so viele Granaten werfen kann, ne? Hier hat Kevin mal so viele Granaten geworfen, dass irgendwer einen Mental Breakdown bekommen hat, ne? Aber was hat der Schalter jetzt gemacht? Jetzt halten wir alle kurz die Schnauze! Okay. Nee. Warum? Du machst den Bottelflip nicht. War wirklich kurz. Das hat den höchsten Bottelflip der Welt. Zeig. Ich will's drauf haben. Komm, zeig her! Oh je. Hab ich mir fast selbst angebracht, ne? Okay, okay. Okay, Kutsche, jetzt erzähl mal, was ist denn los? Sind alle ruhig? Na ja. Wir gucken alle den Bottelflip zu, ne? Okay, Bruder. Man, ich hab den Bottelflip komplett verpasst. Na hier, ich bin bei Tim. Tim ist draußen, Johnny. Okay. Zeig mir den Bottelflip. Ihr nehmt das Hütchen und dann schwupp. Hä? Oh, das hat nicht mal geflippt. Warte. Hier seid ihr. Wo ist er? Wo sind denn alle? Ey, weil du hast geblockt, Bart! Okay, letzter Versuch, wenn du's nicht schaffst. Bart hat geblockt, du willst dich töten! Das reicht, der Damage ist okay. Der ist rot, der ist rot. What the fuck? Ich hab ihn. Alter, sorry, der hat den einfach getötet. Da muss man noch eingreifen. Der war ja natürlich innocent. Jungs, der wird jetzt wegen getötet. Also, hallo, oder? Kann er ist es? Kann er ist es doch. Der hat... Okay, okay, stopp. Okay, okay, lass, Jane. Aber von mir aus, aus meiner Sicht, überkleidet, genau... Ah, Johnny, das weiß ich jetzt aber nicht. Okay, da, Mann. Fuck. Ich lass dich mal hier... Ich lass dich mal, du bist ja eh so egal. Egalo, dich mach ich weg, wenn du Trailer bist. Sorry. Oh. Hallo? Haben wir hier nicht auch irgendwie noch so... Hallo? Hast du den Livegeschäft gehört? Ja, der war von mir. Ist das hier oben? Der hat bloß nicht getroffen. Achso. Warte mal, Wlesk? Ja? Okay, du lebst auch noch. Ja, klar. Wlesk noch! Hä? Also, kriegst du was nicht. Wlesk, lebst du noch? Was ist das hier? Ja, ich leb immer noch, klar. Gut. Hast du Johnny grad weggemacht? Nö. Hey, ich hab Johnny wirklich nie weggemacht. Ich war die ganze Zeit in dieser dummen Fabrik und hab mit dem Festival gespielt. Äh. Gib dir ein, dass Johnny nicht tot ist. Hm, das kann jetzt halt ein krasses Mindgame gewesen sein und ich hab's vielleicht grad voll verkackt. Ach gut, zum Glück. Uff. Äh, Johnny? Hey. Wlesk? Ja, ich bin aber noch da. Schön. Alter, Johnny bist du nur irgendwo. Schön. Ich mach Johnny weg, wenn ich ihn sehe. Ja, sehr gut. Ich werd mich verstecken. Jo. Hast du grad ne Tür geöffnet? Ja. Ich bin unter dir glaub ich irgendwo. Oder? Oder? Sagt das dein Radar oder was? Jo. Ja gut, ne? Hab ich dich entdeckt. Ja, ich glaub für Nahkampf nehm ich lieber halt die andere Waffen mit, ne? Das Ding ist halt, die Map ist zu groß, ich beweg mich einfach die ganze Zeit, dann findest du mich nicht. Dann find Johnny dich nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaub halt auch, dass es Johnny ist. Johnny und Kutscher, weil sonst hätte Kutscher Johnny weggemacht. So, und Johnny hat dann nur gesagt, äh, Vlesk, aber du hast nicht drauf reagiert. Das macht das halt auch wieder ein bisschen suspicious, ne? Ich war anfangs, ich hab gar nicht gedacht, dass alle Leute gestorben sind, wenn ich ehrlich bin. Oh, das ist ne Scheibe. Oh Gott. Verwundert. Okay. Äh. Warst du das? Nö. Aber das ist irgendwie explodiert. Ups. Hast du schon wieder ne Tür geöffnet? Ups. 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 Ich hab kein Wort verstanden, Alter. Ja. Alter, ihr müsst euch, ihr müsst einfach mal lernen, euch zu muten so im TS. Keine Ahnung. Sieht das doch jeder. Wer muss sich muten? Ups. Na gut doch nicht, während der TTT Aufnahme auf dem fucking TS. Also da können wir jetzt auch mal sagen, Ehrenkodex, ne? Macht man aus. Ja. Gibt's schon Trayards, die das machen? Nein. Die haben den, 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 sind von der Aufnahme. Mit welcher Taste ist bei deinem Traitor in-Game-Voice? Was ist das denn? Äh, Shift glaub ich. Ja. Als ich fertig war mit Tränen, waren einfach schon alle Leute tot so. Wollte viel Spaß gemacht. Aber Shift oder was? Weil Shift ist doch was Sprinten. Ja, ja. Gleichzeitig, ja. Boah, krass. Also wenn irgendwer sprintet, ist dann ein Traitor. Ey, man kann sprinten. Das ist aber auch neu. Das kommt wohl schon voll dumm so, weil ich erklär Philipp mein... Ich kann's schon mal verraten, es gibt zwei Traitor und fünf Innocents. Ich erklär Philipp, was ich machen will und dann ist die Runde vorbei und jetzt kann ich's halt nicht noch mal machen, weil er genau weiß, was ich machen würde. Ich schmeiß jetzt die Granaten in irgendeiner Halle. Also müsst ihr wissen, ne? Ich schmeiß Granaten durch den Club und schrei. Wow, wow. Tim, was machst du da? Du machst Bro, wow. Bei der unten grad... Oh, ist schon alle. ...mach ich gleich weg, wenn der nicht aufhört. Und du kommst nur, weil geplatzt ist das Korn-Dome. Was? Gehst du da noch mit, oder? Ist das wieder ein Nitrado-Server? Warum legt das hier so? Ja, ich hab ein bisschen Angst vor dir. Und Header. Nee, mach mal nicht. Hey, warum schießt ihr euch wieder ab? Du kriegst einen Header wie bei Twitter. Ich dachte immer, mit der Leiter kann man hier hoch. Das geht gar nicht. Hier bin ich bei direkt... Alter! Die Map vibriert. Unter die Tische. Die Map vibriert. Was ist das? Die Map kann nicht vibrieren, das ist ein Laser. Donnie war es nicht und Kalle war es auch nicht. Das war ein Laser. Der Vibrator an deinem Pop. Da geht aber ganz schön lange, der Laser. Der hinter ist der Laser. Ja. Ja. Durch Fenster kann man übrigens Namen nicht sehen, Kalle. Nur, falls du dafür mal jemanden wegmachen willst, weil du denkst... Bin bei Bart. Bin bei Bart. Was kann man sehen? Durch Fenster, wenn die noch da sind, kannst du nicht die Namen von Leuten sehen, die du siehst. Man wirkt das so, als hätten die das Geyser. Ich bin bei Philipp. Oh, fuck. Ich bin ganz liebends runtergefallen. Okay. Ich dachte schon, wer ist gestorben. Ich hab's nur gehört. Klang schmerzhaft, Alter. Ja. Ja. Und bei Jona und Philipp. Also, ich kann sagen, dass Flöster auf jeden Fall nicht den Laser gemacht hat. Und Bart und Kutscha kommen halt jetzt hier als Neu-Im-Pör-Kümmlinge. Ich hab Kalle auf jeden Fall nicht gesehen. Also ich war bei keinem. Mach mal hinter dir weg, Kutscha. Bewegt dich mal nicht. Vielleicht ist Kalle aber auch einfach runtergefallen. Ne, Kalle ist ja auch runtergefallen. Kutscha, bist du gemutet? Oder so? Oder hast du einfach keine Lust mit uns zu reden? Hallo? Hallo? Ja. Nice try, Kutscha. Da war ich gemutet. Ich geh hinter euch. Ich geh hinter euch. Hä? Ich hab Philipp weggemacht. Warum? Kann ich verstehen. Er war gemutet. Weil er gemutet war. Und weil er sich danach nicht entmutet hat. Und ich glaube, er hat irgendwo im Traitor-Jet rumgelabert. Also Kutscha, sorry. Das ist jetzt natürlich eine Kampfansage. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da schießt ein Geschütz auf mich. Da draußen steht ein Geschütz. LoL. Hey, derjenige, der mich jetzt wegmacht, ist Traitor und will eine Ausrede suchen, mich wegzumachen. Weil ich bin auf jeden Fall Eno. Ich glaub nach der Reaktion glaub ich schon, dass es Spider-Man ist. Also nach der Reaktion glaub ich schon, dass ich es nicht bin. Draußen steht ein Geschütz. Also ich mach niemanden weg so. Ich werd hier weggehen, aber... Sorry Philipp. Ich find das ein bisschen problematisch, dass er einfach... Okay, lass mich Teilhaben. Glaubst du auch, dass es Spider-Man ist? In der Reaktion? Ich glaube, jemand hat auf jeden Fall... Ja. Ja, ehrlich gesagt. Ja, ja, ich glaub schon. Also ich hab Philipp halt weggemacht, weil ich dachte, er hat im Traitor-Jet. Ja, ja. Hätt ich nur Scout gehabt, hätt ich ihn auch weggemacht. Aber so geht's ja nun mal nicht. Die Reaktion lässt mich darauf schließen, dass einer davon... Also Kalle ist auf jeden Fall tot die ganze Zeit. Nein, nein. Hä? Ich bin überhaupt nicht tot. Oh, hallo Kalle. Ich checke gerade die ganzen neuen Waffen ab. Ja. What, 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 John? Wow, hier schießt du ein Geschütz auf mich? Ja, ja. Das haben wir doch schon gesagt. Das steht draußen. Oh, bist du tot? Ne, 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 ne. Hat mich nicht getroffen. Ich hau ab hier. Ich würd hier gern rausgehen. Ich werd hier auch die ganze Zeit abgeballert. Ey, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei Splatterman, aber auf den hab ich ein Auge. Ey, ich wurde grad von nem Geschütz angefeuert. Ja, okay, du wirst safe. Hallo. Johnny, Johnny. Wenn ich sterbe, ist ich Johnny. Ja, 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 beruhig dich. Ich verfüg dich die ganze Zeit schon. Bart ist auch hier bei mir. Ne, ne, machst du das. Ja, ist auch noch nicht raus. Seid ja vor der Tür. Ich versuche jetzt schnell hier rein zu rennen. Ah, oh, es hat mich nicht getroffen. Kann das kaputt machen? Oh, ei. Macht doch eh nicht so viel Schaden. Ähm, das klingt jetzt leider leicht ungünstig. Schmesko, Alter. Wieso? Was denn? Bart, hör auf. Womit? Mit meiner Existenz? Ja, genau. Johnny? Ja? Was ist denn los? Peng, peng, peng. Du meinst grad, das ist sehr ungünstig hier. Ja, ich hab das, das Geschütz verhindert. Wie die Kutsche. Ach Jungs, das ist klar. Aua, aua. Ich mach ihn weg. Aua, aua. Das war mir einfach zu viel. Das ist das Shit. Ja, man hat's schon ein bisschen gemerkt. One too much. Bart, Bart, Bart. Was das Problem ist? Alter, ist das... Aua, aua. Das Ding ist, ich musste jetzt schießen, weil es haben nur noch ihr Bein und ich gelebt. Oh, fuck. Mann ey, ich war echt noch muted von vorhin, wo ich probiert hab mich zu mute. Ey, was hat mich getötet? Hat jemand eine Falle oder so gelebt? Ich hab einfach nen Hotkey so, weißt du? Für Mutant und für Augenbrauchen. Ja. Ich bin einfach gestorben. Das hat mich wirklich gewundert. Ja, also ich hab den Roboter mit der Shotgun geschossen, dann ist der durch die Luft geflogen. Vielleicht hat er dir währenddessen nen Hit gegeben oder so. Aber halt, ob der nicht... Nee, ich war schon wieder ein Stück weg. Ich will halt eigentlich mal... Also ich glaub, Bart hat ne Falle oder so gelebt. Nee, nee, ich hab keinen Trip gestellt. Oh! Ach so, ist eh noch preparing. Oh! Oh! Repairing. Man, schon wieder... Ey, ey, ey. Echt? So langsam glaub ich, du magst mich nicht. Ja, aber ich weiß jetzt schon, dass ich inno bin. Aber ich bin da schon wieder inno, ey. Man, schon wieder Detective. Man, Pony. Du kannst gar nicht Detective sein. Schon wieder Chakal. Alter, ich werd hier nur durch jeden gebumst. Hör auf damit. Wir machen jetzt no Granatenregeln. Ich sag jetzt, jeder der Granatenwürfel ist zum Abschluss freigegeben. Okay, aber... Wer ist ab jetzt, ne? Ab jetzt. Herr Kutscher, hast du dich gerade Granaten geschmissen? Nein. Ich auch. Wirklich nicht. Hallo, Jonah, na? Du musst wissen, Kalle. Ich hab so ne... Ich hab so ne... Hallo, Kalle. Hallo, wir gucken. Es ist ein soziales Experiment. Wir gucken, was die da drin machen. Ja. Warte, Kalle. Achtung, nicht erschecken. Nicht erschecken. Bei mir steht Kalle. Bei mir steht übrigens Kalle. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Kalle. Let's go, Witsch. Hallo, Witsch. Warum ist denn der Detektiv Kutschi toti? Weiß ich nicht. Ja, ja. Ich war ja... Ich war doch nicht mal bei Philipp. Wir sind aber in deiner Stimmlage, alle. Egal. Ich weiß nicht, hier ist Blut, oder? Oder war das Splatter, Mann? Hier ist Blut. Blätterkog. Zeig mal deine Hände. Ja, da ist Philipp. Den hab ich doch gerade identifiziert, Alter. Sorry. Zeig mal deine Hände. Meine was? Zeig mal deine Hände. Meine Hände? Geh mal kurz raus aus dem Raum. Zeig doch einfach deine Hände. Feuerbestattung. Okay. Ich habe keine Hände mehr. Deine Hände sind blutig. Deine Hände sind verschwunden. Ja? Sind sie? Ja, sind sie wirklich. Die bluten richtig doll. Und dann die Hände zum Himmel. Wenn ich sterbe, ist es Splatter, Mann. Ich dachte nur. Und lass uns fröhlich sein. Wir tanzen zusammen. Und alle sind gemein. Hi. Bart kommt zu mir. Alter, weh. Du schmeißt mich zu mir. Hallo, Kalle. Kommen wir nicht raus, Alter. Wenn ich sterbe, ist es Splash. Wenn ich sterbe, ist es Splash. Hä? Ich bin nicht ansatzweise bei Kalle. Ich bin nicht ansatzweise bei Kalle. Ich bin nicht ansatzweise bei Kalle. Hä? Entschuldigung. Ich hab mich versprochen. Ich hab mich versprochen. Er hat sich entschuldigt. Beruhige dich doch. Kalle ist Traitor. So beruhigen Sie sich. Du hast auf mich geschossen, Bruder. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab einfach aus dem Ding hier raus geschossen. Okay, Mann. Ich hab's nicht machen, wenn ich direkt hinzu bin. Ich krieg ein Herzinfarkt. Donnie. Ja? Schade. Hallo, komm. Das ist eine Sauerei hier. Das ist scheiße. Der smoked hier einfach. Dann die Hände zum Himmel. Mal bitte mal. Äh. Tim. Bart. Warum stehst du da auf dem Dach? Okay. Wollt ihr jetzt nicht zu den A kommen? Alter, was ist das? Was ist das in deiner Hand? Schieß mal. Schieß mal in die Luft. Alter. Was ist das? Warte, das ist ein Thriller? Junge, schieß grad auf mich. Ja, Lesk. What the fuck? Alter, das ist doch mega random. What? Mega mindgame. Vor allem, ich sag so, schieß mal in die Luft, aber... Auf einmal fängt er mit der Diegel zu sprain. Ja, okay. Ey, komm mal zurück zu Blesk. Komm mal zurück zu Blesk. Okay, was? Du bist oben drin, Tim. Warum komm ich hier nicht durch? Okay, Kalle war inno. Das ist dann ein bisschen komisch, dass er mich dann anlügt und sagt, dass ich... Johnny, guck mich nicht so an. Das hat gar keinen Sinn. Nee. Ich trau mich auch nicht zu sagen, schieß mal, aber das ist gerade schon ganz schön schlecht gelaufen. Das macht ja gar keinen Sinn. Gorkai? Glaub ich, Reddermann oder Tim. Hab ich grad deinen Kopf gesehen? Tim, komm doch mal zurück. Das war mein Kopf. Tim, wo bist du? Bad ist bei mir. 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 Bad schieß. Bad schieß. Was ist da mit Kalle passiert jetzt eigentlich? Kalle ist einfach tot. Ich hab mich grad gefunden. Reddermann hat den gemacht. Ey, warte mal. Lass mal ne Bork bauen. Okay, aber du hast doch gesagt, das ist merkwürdig, weil er mich angelogen hat und... Das ist ne Schwedenfahne. Ja, er hat gesagt, ich hätte auf ihn geschossen. Dabei hab ich nicht auf ihn geschossen und jetzt ist er tot. Deswegen dachte ich eigentlich, er wäre Traitor, weil er mich halt irgendwie blamen wollte oder sowas. Oh shit! Der Alarm ist an! Ist aber gar nicht, Trader. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, warum er dann gelogen hat, wenn er selber Inno ist. Nein, ich verstehe, ich verstehe. Halt doch einfach bei der Fresse. Bei dieser Alarm ist schon... Ich glaub du bist tot, oder? Ich glaub du bist tot, oder? Ich bin ja nicht erschossen worden. Ach, hier kommt man rein. Und die Tür ist zu. Wer liegt denn jetzt alles noch? Was baust du hier? Ich baue mir ne Wand. Okay, Johnny? Ja. Pim? Okay, Johnny, dann wo bist du? Ah, da hinten liegt die Leiche schon, ich seh's. Dann such die doch. Ach so, ne, aber wenn du sie siehst, dann musst du sie ja gar nicht suchen. Hä? Nicht zu... Und dann die Hände zum Himmel. Und lass uns fröhlich sein. Wir tanzen zusammen und keiner ist allein. Nein. Ah! Ja, was bist du denn so? Geh doch weg. Geh ich doch gar nicht. Ich hab ganz andere Pläne. Und dann die Hände zum... Mach den Fortnite-Move. Ha, 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 ha. Mega krass. Mega krass. Rudi. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, man, 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 man hits, by the way, in der Folge mal wieder... Ach nee, nicht schon wieder, wiederbelebt. Ja, weglaufen ist unten. Ach, da hab ich dir aber ins Gesicht geschossen, Bruder. Ah! Also, ob du's glaubst oder nicht, Johnny. Ja, der Ruder hätte man zu meiner Stimme gehört. Eino, Eino. Ich hab am Anfang überlegt, Les trifft sich eigentlich immer mit seinem Trailer-Kollegen. Auf einmal hat er gesagt, komm, weil ich's nicht gewissen hab. Ja, klar, weil du... Ich hab legit fünf Minuten in dieser Runde mit Jona geschrieben im Chat. Und er hat's einfach nicht gelesen. Ich hab's ja die ganze Zeit gelesen. Du bist zum Kommen. Du hast gesagt, wir bist ein Fake. Ja, ich komm, 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 komm. Ja, ich hab Phil alleine gekillt. Ja, ich weiß. Laber, laber, laber. Nur geblüht. Aber alle anderen waren halt in einem Ort oder so. Hä? Bin ich gerade gemuted? Nee, nee, alles gut. Ich hab den Typ nicht verstanden, Kalle. Warum hast du gesagt, dass ich auf die schieße? Och, Splatterman, hack doch nicht darauf rum. Du hast auf mich geschossen. Hab ich nicht, Bruder. Ich bin in dem Schacht gewesen. Auf einmal knallt hinter mir das Loch... Alter, hört doch mal mit dem... Jo, ich bin tot. Hab fünf Leben wegen der Granaten. Das ist halt echt dumm. Ja, hier dumm Kevins, ey. Da sollte man wirklich mal mit aufhören. Das muss ich nicht sagen. Johnny, komm her. Ich mach dich weg. Hey, komm her. Sei doch nicht so. Nee, Gutscher. Alles gut. Nee, ich hab fünf Leben. Rachepill, Johnny. Splatterman, beruhig dich. Was ist das jetzt? Hallo für alle, danke schön. Siehst du schon, ist doch das Leben wieder neu. Ich bin lucky, ey. Ja, ich bin in Ordnung. Es sind Ordnung. Spiderman, was soll das? Ja, Johnny wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich hab die Kanaten geworfen. Ja, holt doch rum. Kommt doch her. Oh, jemand ist ja bei mir. Hab ich ganz gerne. Naja, wir haben gesagt, dass die Leute sterben die Kanaten. Ja, aber doch nicht in der Prep-Time. Ich glaub, wir sind doch nicht, wir sind doch nicht 14. Meist einfach nicht mehr. Aber ja, er hat fünf Leben. Hast du das gehört oder nicht? Ja, und der Suraka-Heilung. Sag mal, bist du blind auf deinem Ohr? Sag mal, jetzt hör auf euch zu strecken. Wie ist es? Kalle ist tot. Johnny. Johnny, das hat... Wird garantiert Inno sein. Ja. Toll. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch selber nicht. Mama und Papa wegen euch immer streiten. Kanaten schmeißen uns dumm, aber bringt es deswegen nicht um so. Weil, jo. Weil Dopenhain töte nicht. Weil Dopenhain töte nicht. Klar. Bist du komplett raus im Kopf? Komm mal mit, Tim. Ich zeig dir, warum ich badly wandle. Ja, schon ein bisschen. Vergessen, weil das Zubi überhaupt dabei ist. Oh, das ist so dunkel. Hier, guck mal. Hier. Hier. Da, das hier ist mein Blut. Und das hier ist Kalles Blut. Alter, ich dauere jetzt mal mit dem Katana. Da hab ich Gucci eventuell einmal angeschlitzt. Ich hab nur ne Sniper. Ich mach ihn weg. Nee. Ich will das Katana haben. Hä? 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 War ich das ausgewinn? Nee, das war, das ist Tim, oder? Ihr Lappen. Oh, fuck. Die sind... Oh, ne, nicht auf mich schießen. Warum nicht? Tintin, wo bist du? Ganz oben ist er. Ganz oben. Links jetzt gleich in der Tür. Ja, genau. Oh, er hat mich getrillert. Er ist in dem kleinen Raum direkt bei mir. Ja, ich bin einmal getroffen. Okay. Also ich darf mich gar nicht mehr... Hä? Warte mal, ich bewege mich noch? Hä? Wie lange hält das? Oh, oh, Tim, du bist unsichtbar. Ich versteh das nicht. Bin ich jetzt unsichtbar oder nicht? Ja. Juhuui, ich bin nicht unsichtbar. Ja, Mann sieht halt legit nichts. Kann man da überhaupt durchschießen? Erstmal wieder heilen, oder, Hermin Jung? Wie jeden, Alter. Ach, nö. Ich seh ja legit fast nichts. Weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Voll dumm, ey. Kann ich mir ein Bildschirm heller stellen? Da, 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 da. Wo bist du denn? Sag doch mal. Oh mein Gott, ich hab mich so gefickt. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Dass er da oben auf dem kleinen Riss landet. Hä? Das hab ich später, Mann. Ich hab kein Aim. Oh nein. Oh nein. Wie ist das so? Mein Name und Jan, die beste Runde von Tim trotzdem bis jetzt, würde ich sagen. Da könnt ihr auch mal ein bisschen Liebe dalassen. Hab Tim gerade was gemacht? Jogi, ich hab Items gekauft. Nächste Folge kommt bei Kalle. Kommt bei Kalle. Hau da rein. Tschüss. Kommt bei Kalle. Tschüss. Valentin. lla